Hey, wir sind Christo und Patrick von den WeAreNerds. Patrick ist schon in der Welt von... Headmaster! Geil. 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 Kopfballspiel. Kopfballspiel. Ich brauche immer meine scheiß Controller. Gib her. Eben hast du noch gesagt, es fühlt sich so viel schöner an, wenn ich damit kochen kann. Ja, Controller sind geil. Man muss sagen, Patrick ist so ein Hund, der hat schon einmal probieren dürfen und ich nicht. Ja, ich brauche halt Vorteile gegen so einen erfahrenen Routinier wie Chris von den WeAreNerds. Chris! Mama, zwei Spieler und kein Tutorial. Kein Tutorial? Kein Tutorial. Ähm, genau. Wir spielen nämlich jetzt abwechselnd. Besser gesagt, diesen Party-Modus und wir wollen schauen, wer der coolere Kopfballkönig ist. Die machen auf jeden Fall eine sehr geile Party jetzt. Und wir machen die verrücktesten Level. Geile Party. Die es wo gibt. Mach du deine Party selbst. So. So. Dann mache ich erstmal hier ganz professionell das Bild kleiner. What? Und da kommt schon das Spiel. Ich weiß gar nicht, wo wir uns am besten positionieren. Vielleicht da oben heute mal. So als Kopfball. Naja, da kommen ja die Bälle immer. Das wäre totaler Quatsch. Wir gehen doch hier runter. So. Los geht es. Warum fängst du nicht schon an? Okay, ich stelle ein, ja? Hier, mit Maus und Tastatur. Ich habe auch keine Controller. Das ist nämlich ganz cool. Man kann das ohne Controller machen. Einfach am Computer sitzen. Ohne das selbst einstellen. Ich mag die Mucke, ey. Dann machen wir das Tutorial aus. Und was für eine Stage wollen wir machen? Wir haben eigentlich noch keine groß gespielt. Ich habe es damals auf der Playstation VR-Brille durchgespielt. Ja. Echt? Aber da gab es glaube ich einige Sachen, die es hier gibt nicht. Oder ich habe es vergessen. Und zum anderen ist das über ein Jahr fast schon her. Also von daher, du hast alle Chancen. Wollen wir Rock'n'Bowl spielen? Ja, sieht nach Bowling aus. Ja, finde ich ganz witzig. Oder? Super lustig. Ich dachte jetzt schon. Ich mag diese Sendung. Ich würde es mir angucken. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oh, was geht ab? Also ich finde die Atmo an sich so geil. Also wie es aufgesetzt ist. Wie es aufgesetzt ist? Ja. Ja. Patrick, jetzt will ich mal was sehen hier. Ja, ich bin ja, ich habe ja 15 Jahre Fußball gespielt. Ich bin haushoch überlegen. Please. Das macht man bei dem Spiel. Oh, Alter. Was ist das denn? Was? Die ist doch geil, die Map. Wo kommen denn die Bände? Oh, guck mal, der ist voll. Ja, der liegt besoffen in den Tresen. Ich glaube, das bist du eigentlich. Wo kommt der Ball her? Keine Ahnung. Von da? Was muss ich treffen? Oh. Boah, eine Bowlingkugel gegen den Kopf, Alter. Oh, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Oh, guck mal, jetzt gehen sogar schon die Rappen für dich hoch. Jetzt habe ich eine Bande, weil ich zu schlecht bin. Ja, weil du so schlecht warst. Ey, jetzt pass auf, Digga. Nee, das wird nichts. Was ist jetzt los? Achso, neuerdings. Es gibt ja auch Boni links und rechts vielleicht. Ja, den musst du wahrscheinlich. Ich habe ihn zum Beispiel getroffen. Gab das Punkte? Nee, das hat aber gar keine Punkte. Geh ab. Oh Mann, ich bin so schlecht. Du hast keine Punkte dafür. Minus drei, was? Was, Mie? Was hast du gesagt? Okay, erster Turn. Oh Mann, ey. Ich finde diesen Collider einfach von diesem Headset einfach viel zu hoch. Ja, mecke mich. Ja, ich. Alter. Guck mal, du kannst das halt nicht. Ich habe mit Bande nichts getroffen. Ziel doch mal ein bisschen. Was sind hinten die Dinger? Ziel doch mal ein bisschen. Okay. So. Ja, der war doch gut. Oh. Na siehste. Erotisch. Minus neun Punkte. Was? Ey, du hast keine Chance, wenn du weiter so spielst. Ich sag's dir. Alter. Alter, das ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Patrick, es sieht aber echt nicht elegant aus, was du hier machst. Boah. Komm Bande. Ey, wie kann ich denn? Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Du bist der schlechteste Spieler, den ich je gesehen habe. Ey, ich bin wahrscheinlich der schlechteste Spieler, ja. Das ist echt ne Blamage. Ja, ich bin ne Blamage. Du bist ne...ja. So, okay. Ich hab aber schon über 200 Punkte. Alter, haben sie den Scheißủl gesehen? Das war auf ungefähr...du hast die doch gar nicht getroffen. Nur weil da so viel Müll rumlag, den du da irgendwie hingeschmissen hast. Patrick. Okay, mein letzter. Alter, ich zieh dich so ab. Ich zieh dich so ab. Na, Strike, Strike. Hab ich gedacht, am Ende hau ich nochmal einen raus. Da hast du jetzt noch einen. Ich konnte die ganze Zeit, aber ich hab gedacht, Chris, für den Anfang. Wenn man Strike hat, hat man dann nicht... Nee, komplett. Okay. Dann zeig ich dir jetzt mal, wie das geht. Jetzt hast du mich so verkabelt. Ja, das war ein bisschen... Okay, okay, okay. Ich hab dir nicht erzählt, dass ich auch jahrelang Fußball gespielt habe. So siehst du aber nett aus. Findest du? Ja. Findest du, du siehst du aus? Das hab ich nie gesagt. Okay, ich zeig dir erst mal, wie das geht. Wie viel Punkte hattest du? 450? Ja. Und du hast A, A, A. Okay. Achso, ich bin... Nee, ich bin A, B, C. Achso. Ich bin da. Press Enter when ready. Okay. Jetzt schauen wir mal, was der Chris so liefern kann. Okay, das sieht hier drin noch viel geiler aus als am Monitor, oder? Ja, auf jeden Fall. Also man fühlt sich richtig geil da. Ja. Wow! Wow! Ja, du hast direkt am Anfang raus, was du kannst, ne? Weißt du, ich hab gedacht, ich erkunde mal alles so die Gegend so ein bisschen. Wow! Okay, das war doof. Ah. Das war ein Lucky Strike am Anfang. Naja, du hast dich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ah, fuck, 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 fuck. Was ein geiler Typ, was ein geiler Typ, ey. Okay, ich fäng nur mit dem Strike an, weil es sicher wenigstens mit einem auf ist. Ah, fuck. Also, Kaleider ist gewohnungsbedürftig, oder? Ach, das ist voll in Ordnung. In Ordnung? Du willst es ja auch nicht in deinem Auge haben, das Ding, also... Doch! Ich muss mich echt anfühlen. Na. Ach, Mann, ich hab... Ja, ja! Was war das denn? Nix war das, hast du ja gesehen. Oh, fuck, bin ich schlecht. Ich bin noch fast schlechter als du, oder? Äh, nee, ich glaub, du hast noch ganz gute Chancen. Ja! Der kommt jetzt ja wieder. Ah, die Bande ist ein bisschen easy. Nein. Ja, das hat auch mal nichts zu tun. Ja, du kriegst mich wahrscheinlich diese Runde auf jeden, also... Scheiße, ich dachte, ich stell mich einfach mal tot hin. Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Junge, Junge. Kann nicht sein. Adrenalin pur. Oh! Nein! Nein! Was ist das denn, ey? Ey, naja, ein Punkt. Aber 100 Punkte waren das, oder? 10. 10? Ja. Na ja, schade. Oh, shit, jetzt krieg ich die Bande nicht. So, jetzt wird da in die Kiste. Zwei hast du noch. Das ist ja voll kacke. Zwei hast du noch. Oh! Fuck. Ah, letzter! Nein! Du musst jetzt... Alle... Oh! Ja! Ja! Nein! Was soll das denn? Ja, wahrscheinlich! Ja, wahrscheinlich, ey! 30 Kack-Punkte, Mann, ey! Oh! Oh! Ich habe einen Bären bekommen. Ja. So, du hast jetzt... Neun... Neun... Acht... Sieben. So, neue Map, oder was? Ich habe dich halt so abgezogen. Neue Map, oder was? Ja. Ich meine, ich bin kein guter Bowler. Das wusste ich... Soll ich dann diesmal vorlegen? Ja, klar, gerne. Was gibt's denn hier so? Es gibt einiges, ne? Du hast jetzt Platzwahl. Facility Tour. Robots Room. Non-Alcoholic Pong. Das hört sich ja super. Ne, aber Pong sieht doch gut an. Das machen wir jetzt mal. Da steht irgendwas mit Quick. Das kann sein. Du hast keine Ahnung, wo schnell sein musst. Soweit es mein Englisch zulässt. Ich konzentriere mich. Oh, Alter. 30 Bälle, die kommen schnell, glaube ich. Okay, ist natürlich blöd für unsere Zählung, ne? Aber ist egal. Oh, die sind klein. Oh, shit. Oh, shit. Yes. Oh, nicht schlecht. Es ist halt ganz lustig, dass verschiedene Spielmodi, die das Kopfballspielen doch ein bisschen lustiger machen, als es hätte sein können. Oh, da hinten sind 500. Guck mal. Wo hinten? Na, da hinten in den Eimern. Oh, Junge. Die kriege ich aber niemals. Oh, ich setze alles auf eine Karte. Nein. Oh. Oh, schade. Ich dachte, er springt. Er zum Glück. Was ist denn der Counter da über der Figur? Vier steht da. Vielleicht sollte ich jetzt lieber ein paar Punkte machen, bevor ich gar keine mache, oder? Du hast nur 18 Bälle, ne? Ja, ja, ja. Ich habe gleich verloren quasi. So, was passiert gleich? Was passiert gleich? Eins. Was? Nein! Jetzt waren aber 21er zumindest. Und jetzt? Oh fuck, nein. 70 Punkte. Es geht weiter. Ne. Was passiert da? Ah, jetzt hast du nochmal 15. Ach, okay. Okay, dann kann ich nochmal alles gut machen wieder. Oh, was? Der war doch quasi drin. Oh. Oh. Okay. Ja, das ist eine, die sagenumwogene Tischtennis-Technik. Die ist auf jeden Fall. Nein, die ist scheiße. Hör auf. Glaube nicht. Ach, aber so ist eigentlich auch scheiße. Ja, eigentlich ist alles ein bisschen scheiße. Ich meine nur 70 Punkte. Ich mach keinen mehr. Also Bierpong ist auf jeden Fall nicht deine Variante. Oh. Oh. Da kommt schon der nächste. Ja. Ja. Nein. Das darf nicht sein. Oh ne. Du hast mit 30 Wellen 70 Punkte geholt. Und du kannst für einen einmal 500 holen. Das war Player One. Jetzt bin ich dran. Ja. Ja. Ne, ne, ne. So nicht mein Freund. Was? So nicht mein Freund. Ich war ziemlich... Oh, da ist ja die Kamera schon. Ich war ziemlich gut. Ja, und jetzt war ich ziemlich besser. Ja, glaube ich nicht. Das sehe ich erst, wenn ich sehe. So. Sitzt alles in New Highscore. You have to tell your friends about it. Ja, ja. So. E-Beams ready. Dann bims mal. Oh. 70 Punkte. Ja, 70 Punkte sind zu schlagen. Weißt du, du denkst, das wäre jetzt so einfach, ne? Pass auf, pass auf. Erster Ball. Weißt du? Au. Ich bin halt auch ein Mann des Risikos. Pass auf, pass auf, pass auf. Zweiter Ball. Weißt du? Ich bin jemand, der geht aufs Risiko. Ich wollte den Ball gerade mit der Hand fangen. Ne. Hör mir zu. Ich treffe jetzt den 500er. Halt die Klappe. Mach mal die Kopfhörer ein bisschen weg, damit du mich hörst. Du schreist so. Äh. Oh. Weißt du, das geht so nicht. Du musst versuchen, wenn du ein richtig cooler Typ bist, musst du versuchen, die 500er zu treffen. Weißt du, da vorne, die 20er und 50er, die kann jeder treffen. Das ist halt echt nichts. Also, ja, weißt du, so Billigpunkte sammeln könnte ich halt auch. Hab ich nicht gemacht. Oh Mann. Ja, was wird's denn? Triffst du die 500er nicht, oder was? Man braucht ganz viel Gefühl bei der Sache. So, ha. Oh, das hat zu viel Kraft. Ich bin zu stark einfach. Ne. Was? Nein. Ja, ja, ja. Du hast doch einen Schaden. Natürlich hab ich einen Schaden. Ja, toll. Oh, das war ein knappes Ding, du. 15 hab ich noch. Vielleicht krieg ich dich. Ja, ja, ja. Ich hab irgendwas abgeschossen. Auf jeden Fall ist die Competition jetzt ja quasi schon verloren. Jetzt kann ich hier... Kopfball. Kopfball. Oh. Hätt ich den nochmal machen können? Oh. Du bist so armselig. Oh, schade. Fast nochmal. Du bist nix. Ich krieg nochmal die 500er. Pass auf. Es ist so traurig, was du da machst. Oh. Es ist echt traurig. Was ist denn traurig? Nein, nichts. Dein Verhalten. Oh. Oh. Das ist ja deine angeberische Art. Nur weil nicht jeder so gut Tischtennis spielt wie du. Oh. Hab ich gewonnen? Was ist das? Mobbing? Hab ich gewonnen? Nee. Kannst du mir das sagen? Jetzt darf ich das nächste. Die nächste Liste, die darf ich aussuchen. Oh, ich hab gewonnen. Warten ab. Ich sag mal, keine Competition. Da steht auch Playtime und Difficulty, gell? Ja, jetzt letzte und entscheidende Runde. Okay. Eins zu eins. Außer du gewinnst. Dann kommt noch eine letzte und entscheidende Runde. Speed Round. Nee, da steht leicht. Das machen wir nicht. So, leicht machen wir nicht. Leicht machen wir nicht. Nee, machen wir auch nicht. Nein. Wir spielen hart. Ja. Basket. Was gibt's da noch? Ähm. Big Monkey? Advanced und Playtime long. Das klingt geil. Das, ähm. Field Trip. Klingt, sieht auch lustig aus. Können wir machen, dass Big Monkey ist. Aha. Long Playtime, Difficulty Advanced, aber wir sind echte Pro-VR-Player. Ich schon. Ja, danke. Zucka! 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 Was geht ab? Oh, was geht ab? Oh, Alter. Der greift sonst an, oder was? Und dich? Nee. Okay. Von wo kommt der Ball? Von da? Was? Ich hab den Ball nicht getroffen. Ja. Otto. Oh, okay. Jetzt hab ich's verstanden. Das glaub ich dir nicht. Nee, das ist auch... Das sind viel zu viele Elemente. Ja? Oh. Was ist denn... Was hab ich jetzt umgetreten? Hey, 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 hey. Die Kamera. Die Kamera? Lebt sie noch? Ja. Oh, komm, das war noch locker. Alter, nicht... Du, zieh doch nicht so auf das Monster. Zieh doch mal hinten auf die Flammen oder so. Das ist doch viel einfacher. Ey, ich hab noch gar nichts getroffen. Schlimmer. Wo kommt denn der neue? Gibt's noch mehr? Wir raten, warum du nichts triffst. Oh, da kommen welche. Ey, du machst das nur zu einfach, weißt du? Da hab ich dann auch keinen Bock drauf. Da, die Bullen kommen. Mach die fertig. Mach die Bullen fertig. Ey, ich bin so... Ey, die Bälle kommen ja auch viel zu hoch. 150, ey. Die Bälle kommen ja auch viel zu hoch. Die Bälle kommen ja auch viel zu hoch. Ach komm, labo war nicht. Ich versuch eigentlich so ein bisschen so... da hoch zu kommen. Aufs brennende Haus. Oh, so aber nicht. Ich muss von unten wie eine Rakete. Du siehst so aus wie eine Rakete. Ich muss von unten wie eine Rakete. Du bist von wo weg? Was? Was musst du weg? So, Patrick hier ganz groß machen. Oh, schade. War es das schon? Das war es schon. Gerade, wo ich Patrick groß gemacht habe. Ich hab 300... Was? Es geht weiter? Wo bin ich? Wo kommen die her? Wo kommt denn der Ball her? Hä? Hä? Von da. Oh, Junge. Oh, Junge. Was? Wo gibt's denn hier? Oh, da oben? Ja, der klettert jetzt hoch, Mann. Oh. Du musst ihn zerstören. Ich will aber eigentlich nicht ihn, ich will die 2000 da oben. Ja, das schaffst du doch nie. Oh, schade. Dafür hast du gar nicht genug Nackenmuskulatur. Super. Oh, der war schon der Nächste. Hast du überhaupt schon Punkte gemacht? Vermutlich. Wie soll man denn da hochkommen? Was ist das denn? Patrick, das wird nix. Guck mal, wie weit das weg ist. Ja und? Es ist da, es muss getroffen werden. Niemals wüsst du das. Aber versuch's ruhig. Oh. Spannend. Oh. Aber ich meinte schon, die langen Runden, das geht schon in deine Kondition. Ja, ich bin vollkommen erschöpft schon. Darf ich gleich das schwitzige Ding aufsetzen? Oh. Hast du getroffen? Ja. Mit dem letzten Ball. Ach, erzähl nicht, das muss ich mir anschauen. Mit dem letzten Ball. Krass. Mit dem letzten Ball. Aber wie, das hat trotzdem nicht gereicht. Was hat nicht gereicht? Das hat nicht gereicht. Du hast dich zu sehr drauf fixiert. Du hast voll wenig Punkte gemacht. Sag ich dir. Ja, das ist mir egal. Ich hab die 2.000 getroffen. Darum geht's. Es geht nicht um die großen Punkte. Doch. Es geht darum, die geilen Sachen zu... Hast du mir gesagt? Es geht darum. 3.450 Punkte und ich zeig dir jetzt, wie man ein Feuerwerk abreißt. Das Ding ist. Nee. Du hast mir eben gesagt, du benutzt die Hohen treffen. Ja, ich zeig dir aber jetzt, wie man die Hohen trifft. Plus geile Punkte macht. Weißt du, du kannst nicht 40 Bälle... Das geht nicht. Wie... Was? Was geht nicht? So schlecht zu spielen. Ja. Wo bin ich denn... Wo bin ich denn mit der Maus? Weiß ich nicht. So. 3.450 sagst du, ja? So. Da machst du Chris. Ja. Wow. Nice. Sieht ganz gut aus. Oh, wow, 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 wow. Wow. Okay, 500 da oben, 500 da. Ich hör mir erst mal nix. Okay, ich hör mir noch mal nix. Ich hör mir noch mal nix. Ich hör mir noch mal nix. Okay, die wollen so da... Also... Ich steh zu nah, glaub ich, oder? Ich hoffe, die meisten wissen jetzt, dass ich gar nicht so schlecht war. Sondern... Der Collider. 150. Dass es echt gar nicht so einfach ist, wie es aussieht. 50. Ey, kommen die Bullen. Gibt das viele Bälle, das sind in der Mitte? Treff das mal. Ja, will ich, will ich. Okay. Oh. Ey, der wär genau gekommen, ey. Ja, ich weiß. Ey, warum kommt der Fall so weiter rüber, ey? Ah, knappes Ding, du. Oh, 150. 80. Und jetzt die Mitte. Ah, jetzt die Mitte. Ja. Ja. Nein. Oh, das war so knapp. Oh, shit. So, jetzt geht's ab. Okay. Du weißt wenigstens direkt, von wo der Ball kommt. Ja, ich hab erst mal zwei Bälle verkackt, oder so. Oh, shit. Der kommt noch viel zu tief, Alter. Der war gut. Ja, ich weiß nicht. Oh. Oh. Das hab ich auch getroffen. Oh. Oh. Ah, wie viel Punkte gibt das? Oh, viele. Oh. Ich hoffe mal nicht, weil das habe ich nicht gemacht. Oh, was? 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 Juhu! Was zur Hölle? Five extra balls! Das wusste ich nicht. Golden balls! Was? Aber ich habe noch nicht deine Punktzahl. Scheiße! Fuck! Die großen Ziele sind es, Chris. Die großen. Fuck! Ich brauche nur noch die 500 da unten. Was? Hast du so viele Punkte? Ja. Aber die 500 brauche ich halt. Nein! Ja, das Weiterleiten ist gar nicht so einfach. Nee. Oh! Scheiße, ich muss den links weiternehmen. Das war so krass. Oh, fuck! Nein! Nein! Das war der letzte, oder? Ja. Da, 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 da. Hat er mich fertig gemacht. Hat mich vor allen Menschen im Internet zu einer Sau gemacht, weißt du? Ja, ne? Dabei hat mein letzter, mein letzter Ball hat mir 2000 Punkte eingebracht. 250 Punkte weniger als ich. Da hab ich voll die geilen Sachen gefunden. Ja, aber ich hab die 2000 getroffen. Das macht mich nachhaltig fertig. 2 zu 1 für mich. Das war's. Tschüss. 2 zu 1 für mich.